Ich bin dem langen Ball hinterhergegangen, mein Gegenspieler hat mich von hinten verfolgt, das war so ein bisschen von der rechten Seite aus gesehen und ich habe halt der Körpertäuschung angesetzt, habe ihn ins Leere laufen lassen und wie er an mir vorbeigelaufen ist, habe ich gesehen, dass er halt mit dem linken Standbein umgeknickt ist und dann bin ich halt frei zum Tor gegangen und in der Millisekunde habe ich halt entschieden, doch abzudrehen und doch nach ihm zu schauen und ja, habe den Ball ins Tor ausgespielt. Und mach weiter so. Danke.